Und es geht weiter ein bisschen Hero Zero Server Nummer 11. Weihnachten ist vorbei, ich bin in den letzten Tagen so ein bisschen gemütlich am Zocken gewesen, will deshalb gar nicht hier reinschauen ins Wochenturnier, aber was muss, das muss. Apfelmus, 578.000 XP. Ja, das ist in etwa die Hälfte von meinem normalen Wert. Aber als Donut-Spieler könnte man einfach die Quests so überspringen, mir war das relativ egal. Ist man mal eine Woche nicht so gut dabei, jetzt geht's wieder voll los. Mal schauen, Helden, Stufe 155, vielleicht 10 Ränge gesunken, das macht gar nichts. Ja, das wäre aber natürlich der Vorteil von einem Donut-Spieler, der 3000 Donuts immer so auf der hohen Kante hat. Da kann man natürlich eine Mission nach der anderen überspringen. Zeitaufwand, 10 Minuten am Tag, Donut-Aufwand, Moment mal, sagen wir 300 Energie. Und man macht immer Kampfmissionen mit einem Durchschnitt von 3 Minuten. Sind das 100 Donuts am Tag? Alles Klärchen. Ja, das könnte man dann mit 3000 Donuts 30 Tage lang machen. An Weihnachten und so natürlich praktisch, aber für mich kam das leider nicht in die Tüte. Vielleicht mal auf einem anderen Server, wo ich dann mit Donuts zocke. So, jetzt mal schauen, das Weihnachts-Event ist zu Ende. Die Weihnachts-Quests existieren noch und zwar bis zum 33. Dezember. Genau, so lange gibt's noch die Missionen, die Missions-Erneuerungs-Missionen. 1000 Wurfe auf mein Gesetz, also mal schauen, was ich hier so alles bekommen habe. Energie will ich ausblenden, XP will ich ausblenden. Okay, dann nur dieses hier und zwar 50 Mal gegen Ganoven Banden gekämpft. Drei Fähigkeitspunkte gegönnt. Eins, zwei, drei. Ein paar Items auch bekommen. Achso, Schuhe 33, Waffe 1, 2, 5, 6. Schuhe 33, Waffe, ja, beides. Schuhe weg und Waffe weg. Das sind meine beiden neuen Meisterstücke. Nö, nicht ganz. Also, ja, was ging so an Weihnachten? Keine Ahnung, ich hab vergessen am 24. den Kutschenkot holen. Ich weiß leider nicht, was da drin war. Vielleicht, ich schätze mal, es war was Feines. Ich hab's leider nicht bekommen. Rest in Peperonis, Trainingsfahrt erledigt. Ja, sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, würde mich interessieren. Weiß das jemand? Kann mir jemand schreiben, was am 24. Dezember im Adventskalender-Türchen drin war? Bitte mir schreiben, es interessiert mich brennend heiß. So, der Philipp 30 von Trainseparable ist hier mit Stufe 94. Der Erste im Wochenturnier. Okay, Aufholjäger, wortwörtlich. Auf jeden Fall, mal schauen, was sein Team so sagt. Sein Team sagt 50 Ausbau. Okay, hört sich nach einem türkischen Team an? Nö. Ne Multu Türküm. Vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich, ja, doch, könnte hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Die Post, oh mein Gott, Anfragen. So viele Anfragen, obwohl, könnten mehr sein. Fußball-Fan habe ich wieder gesehen. Erstmal helfen. Achso, hier werden sie geholfen. Dann die Heldentaten. Oh man, die habe ich natürlich auch nicht gemacht. Du, du, du. Da sind gar nicht viele erledigt worden. Training, Quests. Nochmal Training, das aus Zufall. Okay, heute den Luftballon. 8.000 Zeitquests. Habe ich erst 3 von 5 heute. Ja, hauptsächlich Kampfmissionen. 4 von 4 Kampfquests in Humphreydale. Gewonnen, Moment mal. In Humphreydale, Leerzeichen, Leerzeichen, Gewonnen. Wenn ein Leerzeichen nicht genug ist. So, 13 von 14 in der Schweiz. Das werde ich ja wohl schaffen. 19 Liga in einer Woche. Nö, darauf habe ich keine Lust. Muss ich sagen. 2.000 XP wäre nicht so schlecht. Aber mache ich ganz bestimmt nicht. Nö, könnte da knicken. Das gibt es auf jeden Fall mal nicht. Donut-Pakete gab es. Die habe ich verpasst. Aber ist auch egal. Vor allem als No-Donut-Spieler. So, jetzt warte ich noch kurz diese Mission hier ab. Danach ziehe ich mich mal um. Werfe mich in Schale fürs Video hier. So, nebenbei aber trotzdem angenommen. Oh, The Big Crumble. Bitte merken. Big Crumble, Big Crumble. Big Crumble. Ich denke, das wird's. Wird es der große Krümel? Oder nicht? Es wird der große Krümel. Die Notausgänge befinden sich hier, hier und hier nicht. Also jetzt mal anziehen. Mein echter Held. Der durch das Training gar nicht mal so schlecht aussieht aktuell. Die Stats finde ich in Ordnung für mich. So, neue Ware ran holen. Mal schauen, was es hier so gibt. Was bescheren mir die Tage vor Neujahr? Vor Manuel Neujahr bescheren sie mir Schuhe. Plus 10 kann man machen. So. Was bescheren sie mir noch? Eine Brille, die ich hier nicht nehme. 16 für einen Donut. Nö, nö. Und das ist mir zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer, teuer, teuer. Ja, gut. Dann vielleicht doch mal ganz kurz 19. Moment, ich muss überlegen. 19 in 5 Tagen. Die, 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 die. 19 Liga Kämpfe. Kann ich das machen? Habe ich den Booster? Den Booster habe ich. Dich greife ich mal nicht an. Den Timo eventuell. Plus 11. Plus 6. Dann bist du's, der Auserwählte. Erstmal angegriffen. Columbo. Ohne eine Fähigkeit. Das heißt, das ging relativ locker flockig. Noch dazu war der im Kondi. Ich bin Silber 1. So, Frechi. Uh, minus 1500. Alles Klärchen, mein Bärchen. Minus, minus. Das ist mal nett. Äh, dankeschön. Ich interessiere doch für diese Gegner. Sind aber alle in meiner Liga. Von daher sollte ich eventuell mit meinen Stats da noch gar nicht sein. Das finde ich aber jetzt heftig. Moment mal. Was war da neu? Was war da neu? Energie ausblenden. Dies ausblenden. 400. Ah, 10 Trainingsanheiten. Sehr schön. Dann mache ich die gleich mal. Was mache ich? Ich mache Grips. So, jetzt mal aufgepasst hier. Wurfi gibt mir 300. So fängt es ja schon mal an. Dann die Wurfwaffe gönne ich mir. Und ich skille noch ein bisschen. Ich möchte jetzt nämlich angreifen, dass ich drei neue Gegner zumindest bekomme. Das kann ja wohl nicht sein, dass ich hier nur welche mit fettem Minus erhalte. Sonst immer welche plus 3000 und sowas ich alles gar nicht haben möchte. So, du bist der Einfachste und von dir bekomme ich am meisten. Minus 240. Ah, wahrscheinlich werde ich es nicht packen, weil mein Wurfiast eine Fähigkeit hat. Oder soll ich es mit dem anderen? Was ist wichtiger? Diese 300, 400 Fähigkeiten oder die, also die Punkte oder die zwei Fähigkeiten? Angreifen. Ich werde verlieren, aber das ist egal. Ist mir egal. Oh, der ist im Condi. Kann ich das schaffen? Kann ich das schaffen? Ich weiß es nicht. Der hat sogar den Watson auf Level, keine Ahnung, zwischen 1 und 9 wahrscheinlich. So sieht es aus im Schneckenhaus beim Schubert hier. Pack ich doch. Ich habe mir die Stats an sich nicht angesehen. Ich habe nur auf das Minus in Summe geachtet. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ja natürlich nicht hier meine teuren Wurfwaffen vergeuden müssen. Es wird aber schon langsam eng. Obwohl hier, soll ich das wagen oder diesen hier? Jenen oder diesen, diesen oder jenen. Tatze. Wenn ich jetzt verliere, dann bin ich traurig. Meine liebe Tatze. Aber die hat richtig viel Intuition. Das heißt, die wird andauernd ausweichen. Egal. Tatze wird angegriffen. So, bisschen Risiko. Hier am Start. Äh, 32 Prozent. Und da weicht sie direkt mal aus. Und sie hat drei Fähigkeiten beim Emil. Uh, das wird eine ganz haarige Angelegenheit. Hi. Der war fett, der Treffer. Der war so richtig fett. Puh. Der war noch fettter als der Braten zu Weihnachten. Sauber. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mit 12.000 überlebe. So, das waren drei von 19. Da muss, da muss ich echt fleißig sein, wenn ich diese Heldentat, diesen Heldennotruf schaffen möchte. Uh, das ist immer eine knappe Angelegenheit, wenn ich das so mache. So, ich rüste danach gleich wieder um. Keine Sorge, keine Sorge. Was kam jetzt schon wieder dazu? 50 Liga-Kämpfe. Oh, Leute, ich bin so schwach. Erst 50 Liga-Kämpfe nach irgendwie 70 Tagen schon fast. Das ist echt eine magere Ausbeute. Sehr, sehr, sehr mager. Naja, was soll man tun? Was soll man tun? Die Liga ist nicht so mein Favorite, muss ich sagen. So, dann wieder umziehen, wieder umziehen, wieder umziehen. Ist die Frage, sich denn wofür lassen oder nicht? Äh, es ist so, so heikel irgendwie, nur ich, ich packe ihn weg. Queste jetzt hier und lese mal die Post, nämlich der Firecrafter HD schreibt echt. Bist du der echte Spieletrend? Ich will nur noch wiederholen. Diese Frage ist unnötig, denn wer sich Spieletrend nennt und nicht Spieletrend ist, der möchte mich ja faken. Der wird trotzdem schreiben, ja, ja, ich bin der echte, natürlich. Hier, äh, Überweis auf dieses Konto, 10.000 PaySafe-Karten. Das heißt, diese Frage ergibt gar keinen Sinn. Selbst wenn ich Ja schreibe, ist das kein Beweis dafür. Einfach die Videos schauen, den Namen ansehen und den Server und dann passt alles. Server Nummer 11, Name Spieletrend. So, xkingx schreibt Donuts. Hi, Spieletrends, Spiele seit einer Woche circa ohne Donuts. Wollte mal fragen, ihr, ich mal in dein Video, viele kommen darf. Ob ich mal in dein Video kommen darf, wahrscheinlich. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten nachträglich. Schreib bitte zurück. Ich schreibe zurück und wünsche dir das alles natürlich auch. So, Pros Buddies, schreibt was Wichtiges. Ich bin gespannt, ich bin ein größter Hero Zero Fan, so wichtig war es nicht. Ich freue mich trotzdem, Dankeschön. Kingkiller, bitte Video, du Dulli, okay. Ronda, Ronda Bier? Bist du der, den ich schon verdammt lange kenne aus Brickforce und auch SF und der meine Video schon sehr lange schaut und auch immer? Danke für den ganzen Let's Plays, ich liebe sie einfach. Vielleicht bist du es wirklich. So, und ich finde es gut, dass es endlich mal einen Let's Player gibt, der keinen Minecraft auf seinem Kanal bringt und wollte dich noch kurz fragen, ob meine Skillung gut ist. Kenne mich noch nicht so aus, möchte in eure Gilde, deswegen habe ich angefangen. Ich möchte Condi auf 200, Kraft 100, die Hälfte, dumm, 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 dumm. Und am Anfang noch nicht so sehr darauf fixieren. Einfach feuchtfröhlich die besten Plus-Items nehmen und dann ab Level 50 oder so kann man mal über Condi nachdenken. Team-Anfrage von dem schwarzen Teufel, dafür bin ich hier nicht zuständig. Dann, du bist brutal, du bist der beste YouTuber der Welt. PS, kannst du ihn dir so mal mit Herrn Niemann spielen? Tue ich manchmal, kann ich mal wieder machen, wenn es sich ergibt. Affen hier in YouTube nur am Zocken. Ach, auch schon so früh wach. Natürlich, was denkst du denn, wie lange ich hier schlafe? Johnny Pepp, abwechslungsreicher Char mit einem Donut. Cheers, Trendy, was ich mitbekommen habe. Anfang deiner Videos, spielst du hier schon anhand deiner Videos. Ah, okay, sorry, das war wohl die Autokorrektur. Da muss man immer raten, welches Wort da jetzt gemeint war. Aber ich kenne das. Oh, jetzt habe ich Intuition, ist egal. Ich kenne das mit der Autokorrektur. Anhand deiner Videos, spielst du hier schon, lass mich nicht lügen, circa zwei bis drei Jahre, wenn ich mich da nicht irre. Also, um genau zu sein, seid Server Nummero eins. Also schon, ja, könnte hinkommen. Da wollte ich dich mal fragen, was eventuell intensiver ist. Sollte man lieber auf XP suchten oder auf Münzen, würde mich freuen für dein Feedback. Mein Münzenkonto beträgt zurzeit knapp 10 Millionen. Du bist richtig. Nice. Dir dann noch einen schönen Heroes Day. Was denn der Heroes Day? 5.20 Uhr hast du das geschrieben. Dankeschön dir auch. Oh, damn, das ist mal ein Charakter. Das ist mal ein Charakter. 10 Millionen Münzen hat am Konto. So, ich denke mal, dir muss ich keinen Tipp geben. Ich spiele noch auf XP und ich weiß nicht so, wenn man in Richtung 300 zugeht, kann man auf Münzen zocken. Dass man mehr Skills hat, häufiger die Teamkämpfe gewinnt, dadurch mehr Trainingseinheiten und Energietrophäen und so. Aber vor 2.50 Uhr überlege ich im Leben noch nicht, irgendwie auf Münzen zu zocken. Was man natürlich auch noch machen kann, Münzen ansammeln für die Heldentaten. Irgendwie 10 Millionen oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt. So, Colinero schreibt, nanananananananana, ich wollte fragen, wie es dir geht. Und es wäre toll, wenn du mal meinen Charakter bewerten könntest. MFG, die Octopus-Kanone, XD, HDLP. Oh Mann, diese alten Insider aus Brickforce und haste nicht gesehen. Das waren noch Zeiten. Ein bisschen mehr Intuition, ein bisschen weniger Kondi und das ist perfekt. Stalk-AD, Tipp für Kondi. Du musst nicht alle Items mit nur Kondi haben. Es klappt auch, wenn du manche Items mit Int oder so hast, wie zum Beispiel. Ja genau, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Ich könnte auch hier ein Item haben mit Kondi und Int. Hier ein Item mit Kondi und Grips. Das spielt keine Rolle. Solange Kraft nicht zu hoch ist und trotzdem Kondi höher als diese beiden beträchtlich, dann passt es. Man muss nicht zu 100% so wie ich Kondi, 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 Kondi. Aber wenn die Items kommen, warum denn nicht? Ich blätter ja nicht explizit danach. Die kommen einfach. Dann sind sie da und dann nehme ich sie. So Marvin Plays, hey Eistüte, ich liebe deine Videos. XD, Basti, 2277. Basti, 2277. Rufen sie jetzt an. Basti, 2277. So, ich werde auf jeden Fall versuchen, meine Post aufzuholen. Für diese Folge war es das erste Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal.